Ivan arbeitet im Kino, er verkauft Popcorn, weil der süßliche Duft im Kino und der klebrige Bohnen, das erinnert alles. Das erinnert ihn an das Hotel seiner Mutter. Und Ivan liebt Süßigkeit, er liebt Schokolade, Eis, weil immer wenn seine Mutter so richtig ragenommen wurde, dass der Schoko-Eis ist. Manchmal auch mal jeder Eis, aber nur wenn der Typ extra Geld gegeben hat.